Ich glaube, das kann man nicht pauschalisieren. Ich weiß auch nicht, was Julian Nagelsmann jetzt ganz anders macht. Ich kenne ihn nicht persönlich. Ja, Carlo macht viel über seine Erfahrung und weiß genau, wie er die Spieler zu handeln hat. Eine klare Philosophie. Und wie es mit Julian Nagelsmann, das wird ähnlich sein. Ich glaube, es gibt nicht alt und jung, es gibt nur gut und schlecht oder halt weniger gut. Und ich glaube, die beiden sind sehr gut. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich bis dahin noch dabei bin. Die kommen ja, glaube ich, erst nach der China-Reise dazu. Und da hoffe ich ja im Interesse unserer Torhüter, dass die wieder fit sind und dass ich sie nur noch einfach so per Handschlag begrüßen kann.